Zum Abschluss haben wir noch eine Rubrik ins Leben gerufen, bei der die Leute, die sonst eher abseits des Rampenlichts stehen, nun mal bei uns im Rampenlicht stehen dürfen. Bitteschön. So lieber Brummi, wir wollen die Gelegenheit mal nutzen, einfach Danke zu sagen. Danke für den jahrzehntelangen Einsatz, jahrzehntelange Zeit, die du investiert hast, aber es als Betreuer war, als Zeugwart, Herrenwart, Kassenwart, du hast dich im Vorstand aufgerieben für die Herrenabteilung Fußball, dafür wollen wir ein ganz großes Dankeschön da lassen. Wir alle schätzen und lieben dich für deine trockene und charmante Art, du bist nie verlegen, auch mal einen bösen Spruch zu sagen, flapsig, aber du bist immer ehrlich, frei raus, direkt. Brummi, bleib so wie du bist, bleib lange gesund, wir brauchen dich noch lange am tiefenstarken, du bist eine Ikone in grün und weiß, danke Brummi. Und wenn auch ihr mal jemandem Danke sagen wollt, dann schickt uns euer Video an sport-at-hamburg-eins.de und dann schickt uns euer Video an, bis jetzt mal ein 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 Video an. Bis jetzt mal ein Video an, bis jetzt mal ein Video an. 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 Vielen Dank.